Dass die besten Springer wenigstens noch in Nähe des Schanz und Rekordes springen können. Er muss eigentlich noch was gut machen, Adam Madesch war total unzufrieden nach dem ersten Springen 48. Da gab es ja nur einen Durchgang, da gab es also nichts, das man hätte wettmachen können. Jetzt hat er noch eine zweite Chance und die wird er nutzen müssen, sobald er es schafft, unter die ersten 30 zu kommen. Denn das waren nicht mehr als 115 Meter knapp darunter. Also dies müsste in meiner Ansicht nach auch sehr schwierig werden oder man sieht es im Moment an 23. Das dürfte eigentlich nicht reichen.